hallo mal die mummies willkommen zu einer weiteren aufgabe in fluch der pharaon ich wollte mal sagen falls das aussieht als ob da irgendwas zusammengeschnippelt ist das irgendwie sachen fehlen im video dann tut mir leid dann liegt daran der funktion weil meine anderen videos nämlich mit elgato auf da hat man keine probleme mit der funktion kann das mal sein dass es so aussieht als ob was fehlt oder zusammengeschnitten ist ist nicht das ist von a bis b durchgespielt falls er was fehlt tut mir echt leid mal die mummies das liegt auf jeden fall an elgato so genug gequasselt wir machen jetzt auf jeden fall eine weitere aufgabe im fluch der pharaon nämlich noch so eine kleine festung garnison von svenu also ein hauptmann wieder platt machen und schatz plündernd rufen kurz unsere karte auf was wir gemacht haben hier ist genau bei jubonome wie gesagt hat erklärt es ja von alleine und dann geht es auch schon los sehen wir die lage ab und dann auf geht die post hier sind auf jeden fall auch wieder ein paar mal die mummies aber egal so was habe ich gerne das machen wir ganz locker flockig wichtig ist wo es unser schatz dahinten markieren wir uns natürlich und dann legen wir los jetzt muss ich vorsichtig sein vorsichtig kriegen wir locker flockig hin hier er ist aber schon mal ausgenockt man die mummies jetzt weiter geht's kleine penner der ist auf jeden fall da unten sagen wir nun uns jetzt als nächstes hallo und tag hier bin ich gar nicht richtig ich gehe da machen tschüss ach banane meine mummies am start hier aber so was von mir erst mal ein paar sachen hier mitnehmen das hat einer gesehen muss er hat er sich nicht nur der ist wir haben pinkeln jeder alte ferkel natürlich nicht die hände gewaschen weil sie sowas von klar kommt man ja die doppelkriegen die sind auf jeden fall gut achten die mummies habe ich gar nicht daran gedacht das feuer zuerst zerstören ja noch mal mach mal du wechseln auf die doppelkrieg schießt immer schießt ihr alle ruhig mal kennen wir nix so stellen wir mal eine falle darf es drangehen da ist ein gemetzel was ein feit hier war dagegen ein feiglinge wo und die mit dem bürgermeister das ist so dumm gemacht hier steht doch neben mir dann rennt er an dem vorbei die geld aber was aus und wechseln wir so was eben aufstehen bei jetzt kommt schlag zu ach du eier kopieren ja wenn er einmal ausgeglichen seit mann ist das ganz einfach gesehen geht dann ratzfatz ihr müsst nur schnell genug ausweichen da kommen wir gern uns jetzt hier den schatz haben wir das ding schon mal safe in der tasche andere tier ja aber sowas von lindern plündern sehr sehr nice damit haben wir am weiteren ort auf unsere art abgeschlossen ich höre doch noch was da oben sind bestimmt nur pfeile haben wir voll da kommen wir wieder weg haben wir noch ein bisschen was zu tun das ist ein bogen rennen du feller ja nice sehn du lass ihn sehn du geh weg den lasst dir wohl zum feuer rennen so ja schießt du mal komm wir rennen mal hinterher mal die mumis guck mal was der spaß macht guck uns ab von hier an naja mach du mal so gönnt euch dann ziehen wir uns da rein herrlich wunderbar meine lieben mumis ich bedanke mich natürlich wie immer fürs zuschauen und sage wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten aufgabe vom fluch der pharaon auf wiedersehen meine lieben mumis